Jo Leute, ich bin's wieder, Tauben RP und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Melaner Mod. Wie ihr seht, stehe ich hier gerade bei den Japaner, war das, ne? Ja, genau. Und wollt ihr gerade so schauen? Dann steht hier nicht genug Platz. Das ist natürlich blöd. Wenn wir auf die Karte schauen, sehen wir auch, dass hier ein gewaltiger Teil fehlt. Also oben rechts. Und links oben fehlt auch ein bisschen und relativ viel Wasser. Könnte natürlich sagen, obwohl... Ist ja die Frage, ne? Ob wir den Berg da wegnehmen? Ist doch der da. Die sind schon an der Grenze. Und das ist dann das Ganze. Das hier ist alles zu hoch. Entweder terraformen wir das Ganze. Oder wir sagen, wir sind mit dem Dorf durch. Okay, dann können wir ja nochmal zu dem anderen Dorf gucken. Habe ich kein Schwert? Aber ansonsten sieht das sowas hier, sieht auch schon echt gut aus. Recht gut entwickelt. Das gefällt mir auf jeden Fall. Okay. Dann gucken wir nochmal hier bei den... Was ist das? Byzantine? Ich weiß das überhaupt nicht mehr. Zack, zack, zack. Wie sieht's hier aus? Nicht genügend Rohstoffe? Wolle. Okay, Schafe. Das hol ich natürlich. Oh, guck mal, ihr baut die auch gerade. Das ist auf jeden Fall cool. Habe ich Schere mit? Nö, aber ich habe zwei Eisen. Ich kann mir eine bauen. Kein Ding. Hier. Hier kommt ein Baum hin. Wird bestimmt ein Baum. Klappt schon. Habe ich überhaupt noch weiße Schafe? Weiß ich gar nicht. Okay. Okay. Nein, ich brauche die Wolle. Gute alte Mastier, doch gehst du zurück. Das Stück scharf. Okay. Es wird dunkel, das heißt, ich würde das nicht mehr verkaufen können. Das ist schlecht. Schlecht, 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 schlecht. Jetzt muss ich nur deshalb wieder ganz zurückrennen, ne? Das ist total behindert. Okay. Wir müssen auch irgendwie nochmal Level-Farm, denn ich will ja auch endlich dieses Schärfe-5-Diamantenschwert haben unbedingt, um damit alles zu zerficken, was nur geht. Da hinten das halbfältige Haus. Unser Bett ist aber noch hier, glaube ich, ne? Jo. Was brennt da Schönes? Glas, genau. Stimmt. Aber erstmal ins Bett. Und da das Erfahrung bringt, nehme ich mir das schon mal. Tu es hier rein. Hat nicht viel Erfahrung gebracht, aber... Ist mir egal. Juckt mich überhaupt nicht, ne? So. Bringen wir die Wolle weg. Damit die weiter bauen können. Wäre ja sonst nicht so gut. Guck mal, der Bord auch schön. Wird langsam, aber sicher. Wege sollte ich vielleicht denn noch irgendwann mal bauen. Also so, eigentlich. Mein paar bauen die ja auch. Ist ja nicht so, dass die gar nichts machen. Ah, schön hier. So ein Stein. Okay. Wer kauft mir die Wolle ab? Du? Okay. Okay. Von mir, jetzt kannst du auch die Steine haben. Und das Fichtenholz. Das Bökenholz nicht. Ne. Soll das die Brüste darstellen? Sieht etwas gruselig aus. Aber gut. Dann baut mal schön. Wo baut ihr denn gerade? Ah, da in der Mitte. Die Fischerei. Ihr habt auch richtig wenig. Guck mal, bis hier unten, was alles fehlt. Unten rechts ist das Wasser. Oh man. Euch fehlt auch echt viel Platz. Aber was soll ich tun? Kann ich nicht ändern. Okay. Dann, würde ich sagen, gehen wir mal zurück zu unserem Haus. Und schauen, ob es wieder noch wackelt. Nicht so laut. Okay. Wie viel Nahrung haben wir noch? Ach, zu Brote. Passt. Ah, vielleicht können wir die Nahrung ernten. Denn wir haben ja da oben unseren ganzen Kram jetzt mittlerweile. Das ist ja natürlich von Vorteil. So. Dann haben wir das Geld. Nicht das. Platz mehr. Ordnung. Interessiert mich momentan überhaupt nicht. Okay, Glas nehmen wir noch. Schon mal mit. Richtig Getreide wollte ich gucken. Noch nicht alles fertig. Vielleicht nächstes Mal. Es darf kein Baumstamm bewirren, sonst fallen die Blätter nicht runter. Und das ist ja dann... Wir wollen ja, dass die unterfallen. So. Hier müssen wir ja mal hochbauen. Ich muss dringend mal anfangen mit der Treppe. Jetzt wird das ja nie was. Okay. Perfekt. Der muss auch noch weg. Ja, jetzt geht's. Okay, also hier fehlt noch massig an Glas. Cool. Sehr schön. Langsam. Aber sicher wird das was. So, das ist Eiche alles. Okay. Werkbank war unten, oder? Ja. So ist... Ja. Passt so. Okay. Ich weiß nicht, wie viele Eichenholzblöcke wir hier noch brauchen, aber auch ein paar. Okay. Perfekt. Jetzt noch zwei Glasblöcke hin. Genau. Kommt auch ein ganzer rein, ja, oder? Genau. So. Damit ist das schon mal... ...geschlossen. Dann machen wir hier mal das Dach drauf. Mist. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir heute fertig. Erstmal. Also, mit Minecraft Metal in der Mod. Das gibt's natürlich am Dienstag wieder. Gleich kommt noch Spore zum Abschluss der Woche. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns da wieder. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.